Unsere erste Initiative für das Nachhaltigkeitsprogramm 2025 heißt Zero Emissions. Unser Ziel, wir wollen die weltweiten Produktions- und Logistikstandorte sowie unsere Geschäftsreisen bis 2021 komplett klimaneutral stellen. Beim Ziel Reduce, Reuse, Recycle geht es darum, dass wir schauen, bei den Produkten, aber auch bei den Produktionen, so wenig wie möglich zum Beispiel an Abfall zu produzieren. Hier haben wir sehr viel Erfahrung gesammelt, was den Einsatz von Recycling-Kunststoffen angeht und genau diese Erfahrung wollen wir nutzen für die Zeit bis 2025, um hier nochmals deutlich voranzukommen. Wir wollen Nachhaltigkeit als eines der wesentlichen Entscheidungskriterien für die Auswahl unserer Lieferanten etablieren. Wir wollen unsere Aktivitäten künftig am Thema Werterhalt ausrichten, zum Beispiel bei SOS Kinderdorf erhält er Familienwerte oder auch zum Beispiel beim Kultursponsoring wird eben durch die Reinigung der Wert des Monuments erhalten. aufbauen es unseren SOS Unfall und die Mehrwert des Monuments erhalten. Wir wollen unsere Antwort. Wir wollen unsere Schuldig genihe. Wir wollen unsere Schuldig. Wir wollen unsere Schuldig. Vielen Dank.